Hallo meine Liebe, Roland Demian hier und in diesem Video zeige ich dir, woran du wirklich merkst, ob es ein Mann tatsächlich ernst mit dir meint. Darüber hinaus zeige ich dir, wie du bei diesen Anzeichen zwischen den Zeilen lesen kannst und worauf du noch so im Detail sonst noch achten solltest. Vielleicht kennst du das auch. Du hast mal einen Mann kennengelernt, der am Anfang sehr viel Interesse an dir gezeigt hat. Und nicht nur Interesse, sondern er war auch ein wahrer Gentleman und sehr charmant. Und darüber hinaus hat er dir aus deiner Sicht deutliche Signale gesendet, dass er eine Beziehung mit dir will. Aber dann hat sich irgendetwas in seinem Verhalten geändert und plötzlich kamen diese Signale nicht mehr rüber oder er hat dir sogar signalisiert, dass er keine Beziehung mehr mit dir will. Und darum ist es umso wichtiger, die Anzeichen, die ein Mann aussendet, richtig zu verstehen und deuten zu können. Darum schau dir dieses Video unbedingt bis zum Schluss an. Bevor ich jetzt nun auf die Anzeichen eingehe, möchte ich dir die Geschichte von einer sehr, sehr guten Freundin erzählen. Diese Freundin, ich habe sie um Erlaubnis gefragt, ob ich diese Geschichte erzählen darf, sie hat zugestimmt. Und ich nenne sie in dieser Geschichte, nenne ich diese Freundin Sabine. Sabine war vor einigen Jahren seit einiger Zeit Single. Sie hat zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viele Männer kennengelernt, weil Sabine eine attraktive Frau ist. Aber es war nie so der richtige Mann dabei. Bis plötzlich eines Tages der eine Mann kam. Nennen wir ihn Stefan. Stefan war sehr gut aussehend. Er stand mit beiden Beinen im Leben. Er war selbstständig. Und ja, er war erfolgreich. Und Stefan hat ja um Sabine regelrecht am Anfang schon gekämpft. Er hat sich sehr um sie bemüht. Er hat sie mit Komplimenten überschüttet. Ja, und er hat einfach dafür gesorgt, dass sich Sabine in seiner Nähe wohlfühlt. Im Bett lief es zwischen den beiden auch spitzenmäßig. Und ja, und Stefan hat in der Kommunikation mit Sabine schon Dinge eingestreut, wie, wenn wir vielleicht mal zusammen Kinder haben, vielleicht müsste ich mir mal ein größeres Auto kaufen für unsere Kinder. Und wenn wir mal zusammenziehen, etc., etc., etc. Also viele Anzeichen haben ja dafür gesprochen, dass Stefan in Sabine verliebt ist. Und ich will auch gar nicht sagen, dass er keine Emotionen für sie hatte. Die hatte er definitiv. Da sich Sabine eine Beziehung sehr gewünscht hat, kam ja, kam die Avancen von Stefan, beziehungsweise Stefan, ihr genau recht. Weil sie dachte, wow, jetzt habe ich endlich diesen Typen gefunden, mit dem ich eine Beziehung führen kann. Und alles lief gut, bis dann irgendwann mal etwas passiert ist. Ich habe eingangs erwähnt, dass Stefan selbstständig war. Aber leider, das wusste Sabine nicht zu dem Zeitpunkt, leider lief sein Geschäft nicht mehr so, wie es laufen sollte. Er hatte schlaflose Nächte, es ging nicht gut und er hat sich um sein Geschäft Sorgen gemacht. Und eines Abends hat mich Sabine angerufen, hat mir erzählt, du Roland, Stefan ist auf Geschäftsreise und er meinte, bevor er heimfährt, bleibt er nochmal hier bei mir stehen, denn er muss mit mir reden. Und ich glaube, er will Schluss machen. Und ich meinte damals, naja, das muss jetzt abwarten, jetzt bringen Spekulationen nichts, einfach warte einfach und schau, was er zu sagen hat. Und genauso kam es. Stefan kam an dem Abend bei ihr vorbei und hat ihm mitgeteilt, dass alles zu viel für ihn geworden ist. Er verkraftet das alles nicht mehr. Es liege nicht an Sabine. Sie ist eine tolle Frau und hat etwas Besseres verdient. Und er muss das jetzt beenden. Ja, natürlich war das für Sabine ein Schlag ins Gesicht. Sehr verständlich. Und was ich dir jetzt aus dieser Geschichte mitgeben möchte, ist Folgendes. Zum einen musst du darauf achten, dass Männer, und ich glaube, das gilt auch für Frauen, wenn die Euphorie am Anfang groß ist und sie sehr verliebt sind, die Hormone eine gewisse Rolle spielen, ja manchmal in ihrer Euphorie etwas ambitionierter sind als in einem Normalzustand. Es kann sein, dass der Mann dann alle möglichen Anstalten macht, um mit dir zusammen zu sein oder, ja, ich sag mal, dich zu beeindrucken. Das tun die Männer nicht, weil sie schlechte Männer sind, sondern sie tun es einfach, weil sie Männer sind. Und kein Mann macht es absichtlich, um dich damit zu verletzen. Also es gibt keinen Mann, der morgens aufsteht und sagt, okay, ich habe jetzt eine potenzielle Partnerin, was kann ich jetzt tun, um sie zu verletzen? Das machen sie nicht. Sondern sie handeln nach bestem Wissen und Gewissen. Und es geht auch nicht darum, wer jetzt Schuld trägt oder keine Schuld trägt oder die Verantwortung, sondern es geht nur darum, die Situation neutral zu betrachten. Und du musst jetzt auch Folgendes sehen. Wenn du einen erfahrenen Mann kennenlernst, einen reifen Mann, musst du damit rechnen, dass er, so wie alle anderen Menschen auch, einen gewissen Rucksack mit sich trägt. Der Rucksack der Vergangenheit, Dinge, die ihn beschäftigen, Dinge, die er einfach noch nicht, vielleicht noch nicht verarbeitet hat und es gar nicht weiß. Und aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dir am Anfang Zeit mit einem Mann zu lassen. Das bedeutet, wie in der vorher erwähnten Geschichte, auch wenn der Mann am Anfang richtig Gas gibt und sich bemüht, ist es manchmal auch gut, so ein bisschen, naja, das Tempo herauszunehmen. Also wenn du dir Zeit lässt, gibst du euch die Gelegenheit, herauszufinden, ob er der Richtige für dich ist und du die Richtige für ihn bist. Und außerdem hat er die Möglichkeit oder du hast die Möglichkeit, herauszufinden, ob er sein Tempo auch tatsächlich über einen längeren Zeitraum halten kann und ob er dir das geben kann, was er verspricht. Bedeutet, da ja Männer anfangs sehr euphorisch sind, kann es passieren, dass ihnen nach hinten raus irgendwo die Luft ausgeht. Aber, wie gesagt, das ist jetzt ganz wichtig, sie machen es nicht absichtlich, um dich zu verletzen. Auch diese Männer geben du einfach das Beste, was sie können. Es geht hier nicht um Schuld. Ich wiederhole es, es geht nicht um Schuld. Es geht nur mal, diese Situation neutral zu betrachten. Es kann aber auch sein, dass Männer, so wie in diesem Fall, vielleicht irgendwie nach Anerkennung suchen oder nach einer gewissen Ablenkung. Und das tun sie unbewusst. Ist ja auch verständlich. Angenommen, ein Mann hat irgendwelche Lasten, irgendeinen Rucksack, den er mit sich schleppt, irgendetwas Unverarbeitetes. Und dann kommt eine tolle Frau, also vielleicht du, in sein Leben und plötzlich entstehen in ihm positive Gefühle, der Euphorie, der Freude. Ja, was passiert dann? Dann werden diese negativen Gefühle automatisch erst mal verdrängt. Und dann kann es ja auch sein, dass dieser Mann euphorischer als sonst ist. aber irgendwann können diese negativen Gefühle wieder hochkommen und wenn der Mann dann merkt, dass er vielleicht mehr versprochen hat, als er halten kann, zieht er sich zurück. Und das ist ein Grund, warum du dir Zeit lassen solltest. Also du findest doch dadurch heraus, ob er überhaupt bereit für eine Beziehung ist und ob er auch tatsächlich an dir interessiert ist. Ich bin mir sicher, in dieser Geschichte war Stefan an Sabine interessiert. So viel ist klar. Aber er hatte gewisse Dinge noch nicht verarbeitet. Und jetzt sage ich nicht, dass du immer vorsichtig sein musst und rausgehen musst und oh mein Gott, vielleicht ist ein Mann, der irgendwas nicht verarbeitet hat. Ich glaube, keiner von uns wird auf den perfekten Partner treffen, der nicht seinen Rucksack zu tragen hat. Ich meine nur, dass du für dich, ja, dass du dir die Zeit nehmen sollst, wenn du auf einen Mann triffst, egal wie euphorisch er am Anfang ist, um für dich herauszufinden, ob er sozusagen auch später das halten kann, was er am Anfang verspricht. Lass uns nun im nächsten Schritt näher auf die Anzeichen eingehen, an denen du wirklich merkst, ob er seinen Mann tatsächlich ernst mit dir meint. Punkt Nummer eins ist, er steht zu dir, auch wenn es mal schwierig wird bzw. nicht alles in seinem Leben nach Plan läuft. Wie ich vorher schon gesagt habe, ist es wichtig, dass du dir Zeit lässt, um herauszufinden, ob er der Richtige für dich ist bzw. du die Richtige für ihn bist. Und darum ist es umso wichtiger, indem du die Zeit ziehst, zu merken, wie er sich in gewissen Stresssituationen verhält. Das sind sogenannte Stresstests. Du musst jetzt keinen Stresstest in dem Sinn machen, sondern die werden sich mit der Zeit schon ergeben. Und dann wirst du sehen, wenn er mal in Stresssituationen kommt, so wie es bei Stefan war, dass es vielleicht mal im Business nicht gut läuft, dass es in der Arbeit nicht gut läuft, wie auch immer, wie er dann reagiert und ob er dann zu dir steht. Es ist ganz normal, wenn dann ein Mann sich mal Gedanken macht, grübelt, sich ein bisschen zurückzieht, aber das Gesamtbild ist wichtig. Ob er dann wirklich dich noch als seine Partnerin sieht bzw. sich noch immer um dich bemüht. Punkt Nummer 2. Er lässt dich an seinem Leben teilhaben. Und das macht er nicht nur am Anfang, wenn er begeistert ist und alles wunderbar und toll ist, das kenne ich aus vielen Coachings, da kommen sehr viele Frauen zu mir und erzählen mir immer, ja, am Anfang hat er mich an seinem Leben teilhaben lassen und dann später plötzlich gar nicht mehr. Es ist wichtig für dich zu wissen, dass Männer definitiv auch mal ihre Zeit für sich brauchen. Sie werden sich mal zurückziehen. Damit musst du rechnen. Das gehört einfach dazu. Das musst du jetzt nicht großartig hinterfragen. Das Wichtige ist aber, dass er, ja, dich an seinem Leben teilhaben lässt und auch wenn er sich mal zurückzieht und über gewisse Sachen nachdenkt, aber im Großen und Ganzen bist du ein Teil seines Lebens. Punkt Nummer 3. Ein Mann hält sein Tempo, auch wenn du ihn mal warten lässt. Und da sind wir wieder beim Thema Tempo und Geschwindigkeit. Wenn ein Mann am Anfang richtig Gas gibt beziehungsweise im Eiltempo mit dir zusammen sein will, haben wir schon besprochen, ist es wichtig, auch mal das Tempo herunterzufahren. Und wenn du das Tempo herunterfährst, dann wirst du merken, ob ein Mann auch wirklich bereit ist, mit deinem Tempo mitzugehen. Jetzt kommt natürlich die Gegenfrage, was ist, wenn du das Tempo erhöhst? Wenn du das Tempo erhöhst, dann kann es aber sein, dass es dem Mann zu schnell geht und er sich zurückzieht. Also du kannst so ein bisschen die Fäden in die Hand nehmen und das ganze Thema mit Beziehung ein bisschen lenken zu deinem Vorteil, indem du in diesem Fall auch mal das Tempo rausnimmst. Und das kannst du noch immer auf eine liebe, geschickte und herzliche Art und Weise tun. Punkt Nummer 4. Es ist sehr wichtig, festzustellen, wie der Mann von sich erzählt. Es ist okay, wenn er am Anfang von sich erzählt, aber will er durch seine Erzählungen, stellt er sich dadurch auf ein Podest. Also er sich selber, nicht du ihn. Er sich. Stellt er sich auf ein Podest. Will er nur deine Anerkennung haben und als etwas Besonderes dastehen? Das musst du für dich feststellen. Wenn mal ein Mann sich ein bisschen ins Rampenlicht stellt und ich sag mal so ein bisschen prahlt, was er hat, kann das okay sein. Das gehört bei manchen Männern dazu. Aber wenn er nur von dir Energie saugen will, weil er sich für etwas Besonderes hält oder von dir auf ein Podest festgestellt werden will, dann sollten bei dir die Alarmglocken auf jeden Fall angehen. Lass uns noch mal zu Sabine zurückkommen. Sabine, wie ist Sabines Geschichte ausgegangen? Ja, Sabine hat es natürlich diese schmerzhafte Trennung von Stefan verkraftet. Nach einiger Zeit, das hat natürlich auch etwas Zeit gebraucht und heute ist Sabine Gott sei Dank mit einem Mann, mit einem besseren Mann in einer glücklichen Beziehung. Ich habe damals Sabine auch viele Tipps gegeben, sie hat mir auch dafür gedankt, dass ich da in der schweren Zeit beigestanden bin, aber mich freut es für Sabine umso mehr, dass sie jetzt eine glückliche Beziehung hat. Und wir haben uns so im Nachhinein nochmal über die damalige Situation unterhalten. Und sehr interessant war, was mir Sabine gesagt hat, weil das ja sehr auch mit meinen Gedanken übereinstimmt. Sabine meinte damals, dass bei ihr irgendetwas passiert ist nach dieser Trennung. Sie hat einen persönlichen Wandel durchgezogen. Sie war damals mehr in sich gekehrt und was sie für sich festgestellt hat, war, sie hat mehr angefangen sich mit sich selber zu beschäftigen. Sie war früher, sage ich mal, mehr nach außen orientiert, also sich nach außen zu zeigen. Da stand bei ihr ein bisschen mehr im Vordergrund. Und sie ist damals sehr nach innen gegangen und hat sich gewisse Gedanken über ihr Leben gemacht, über ihre Denkweise, auch über ihr Mindset und ich sage auch über die Art und Weise, wie sie die Welt sieht. Also aus ihrer Sicht hat sie in ihrer Persönlichkeit einen Schritt nach vorne gemacht. Sie hat sich weiterentwickelt und das Interessante, was sie auch gesagt hat, war, dass sie heute weiß, dass der Mann, der damals in ihr Leben war, obwohl es im ersten Moment der falsche Mann war, auf eine Art und Weise doch der richtige Mann war, weil zu dem Zeitpunkt hat genau dieser Mann zu ihr gepasst. Und aus meiner Sicht hat sie vollkommen recht. Denn das, was ich in vielen Videos und auch in meinem Coaching sage, du bekommst immer das, was du bereit bist zu empfangen. Und sie war damals bereit, diesen Mann zu empfangen. Und natürlich könnte sie heute auf ihn wütend sein, aber das ist sie nicht mehr. Ihr weiß auch nicht, ob dass sie durch diesen Mann die Chance bekommen hat, in sich zu gehen, sich auf sich zu fokussieren, ihr eigenes Leben aufzubauen und sich weiterzuentwickeln. Und weil sie das getan hat, hat sie nun einen passenderen Partner in ihr Leben gezogen, mit dem sie heute glücklich ist. Was ich damit sagen will, ist, alles, was sie in der Vergangenheit erlebt hat, war eine Vorstufe zu ihrem heutigen Glück. Und diese Vorstufen sind oft mit Dingen verbunden, die uns als negativ erscheinen. Ist ja auch verständlich, wir sind alle Menschen. Wenn man so ein Erlebnis hat, wie Sabine, dann ist es selbstverständlich, dass dieses Erlebnis sehr negativ rüberkommt, dass es wehtut, dass es schmerzt, dass man das am besten gar nicht erleben will. Aber auch diese Erlebnisse haben ihren Nutzen. Und Sabine hat den richtigen Nutzen daraus gezogen. So, nun hoffe ich, dass dir dieses Video gefallen hat und du einiges für dich mitnehmen konntest. Und wenn du jetzt sagst, Roland, ich möchte auch einen Schritt in meinem Leben weitergehen, damit ich den Mann bekomme, von dem ich schon lange träume und die Beziehung führen kann, die ich mir schon ewig wünsche, dann habe ich jetzt ein Geschenk für dich. Ich lade dich herzlich nehmen kann, sehr beschränkt ist. Darum ist es sehr wichtig, dass du dich für dieses kostenfreie Telefonat nur dann bewirbst, wenn du auch eventuell dazu bereit bist, ein Programm mit mir zu durchlaufen, indem wir dich auf das nächste Level bringen bzw. dahin bringen, wo du wirklich hin willst, um die Beziehung zu bekommen, von der du schon lange träumst. Also, wenn du dazu bereit Videos oder auf diesen Banner hier oben, fülle dann den Fragebogen aus, auf den du weitergeleitet wirst und ich werde mich anschließend schnellstmöglich bei dir melden. Mach das wie gesagt bitte nur, wenn du wirkliches Interesse an deiner persönlichen Weiterentwicklung hast. So, das war es jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, wie gesagt, dass dir das Video gefallen hat und ich freue mich dich auf alles Liebe dein Roland